. Rate mal, was heute online erscheint. Was? Wo bist du? Hier. Das bin ich. Hier bin ich. Paul. Ich steh einfach voll... Yes! ...auf Schuhe. Yes! Und das ist mein bester Freund. Toni steht eher so auf... Naja. Und gestern haben wir meine App... Paul, ich liebe dich! ...an diesen Typen verkauft. Alles ist weg, alles. Meine Möbel, meine Wertsachen. Auszieht! 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 Yep. Hier haben wir euch nochmal die Regeln aufgeschrieben. Ey, du hättest keinen Tag ohne deinen Scheiß raus. 100 Tage? Ich hasse nicht mehr aus. Nehmt der Tag denn gar kein Ende? Es ist ein Viertel von neun. Jeden Tag um Mitternacht dürft ihr euch eine Sache zurückrollen. Alter! Ihr macht was? Das ist ne Wette. 100 Tage ohne Konsum. Seid ihr so Ökostreusel? So ne richtige Frau, eine mit Charakter, die kriegst du gar nicht, weil die riechen 100 Meter gegen wenn das mit dir was nicht stimmt. Hallo. Äh, ich würde nur ungern das Stadium überspringen, wo du noch ne Hose trägst. Du kannst einfach nicht allein sein. Hallo, Lana. Paul, ich hab dich vermisst. Aber wenn ich Sachen kaufe, um glücklich zu werden, was heißt denn das dann im Umkehrschluss? Dass du nicht glücklich bist. Ich will, dass es endlich zugeht! Ich weiß nicht was! Wo warst du denn? Was war denn so wichtig? Äh, Ronny, das ist mit den Regeln, das muss man ja nicht so penibel sehen. So, der muss halt auch mit. Warum kommen sie erst jetzt? Das ging mir ja auch nicht schlecht. Aber jetzt hat er gestreut. Ja. Und wie sind die Chancen? Geschissen. Hallo da draußen. Heute leichtes Ziehen im linken Arm, Mittelfinger und Ringfinger kribbeln. Ich blogge aus dem Alltag einer Lungenfibrose. Es ist schlecht, Trauer in sich reinzutragen. Ich mach da mal den Anfang, ne? Womit? Ich lass die Balkon-Tür offen, okay? Willst du noch mal was erleben? Ja, schon. Du nimmst ein Kripp auf, wir machen halbe Habe. Wir müssen nie was zurückzahlen. Wieso nicht? Weil wir da längst tot sind. Dann ist das doch nicht fair. Ist es fair, dass wir sterben müssen? Ist es fair, dass du so eine bescheuere Hafer wärst? Was? Das war's. Ja. Hol mir das Geld an der Kasse oder? Haben sie es denn so eilig? Natürlich nicht. Wir lassen den Zufall entscheiden. Augen zu. Zeig drauf. Augen zu. Zeig drauf. Mombasa. Was? Geil. Supergeil. Hast du Spaß? Mega. Ich auch. Was ist das denn? Wir wollten noch was Ende der Welt. Mit dem Panzer. Bist du völlig wahnsinnig. Das kommt von deiner eingelegten Spinne. Das war Krabbe. Das hatte Haare. Es gibt den Tod überhaupt nicht. Es gibt nur den Moment davor. Und der ist doch gar nicht so schlecht. Was ist denn schon der geilste Tag? Das ist mir noch viel geiler. Gib mir meine Kohle. Ohne geilsten Tag. Keine Kohle. Das ist Vincent. Vincent ist etwas speziell. Ey, ich habe einen Clown im Kopf. Der mir ständig zwischen die Synapsen scheißt. Der mich immer zwingt genau das zu machen, was ich gerade am wenigsten gebrauchen kann. Wir sind heute hier zusammengekommen, um von einer Liebe von Mutter... Schlüssel. Fotze. Deswegen soll Vincent ins Heim. Sind eine Menge in deinem Alter von den Leuten da. Solche, wie ich mein so. Und dort lernt er nette, neue Freunde kennen. Hallo Alexander. Das hier ist Vincent. Er wird für eine Weile hier wohnen. Wie bitte? Ich bin Marie. Hast du das zugenommen? Sieht irgendwie so fett aus. Ist da drüben das Haus? Fick dich! Wie bitte? Tourette. Buhfotze. Doch Vincent will mehr. Ich habe ein Auto. Vincent will... ...unds mehr. Das ist ja gar nicht euer Auto. Das gehört Frau Doktor Rose. Ich muss davon ausgehen, dass sie meinen Wagen gestohlen haben. Was? Sie sind hier. Jetzt nichts zu überstürzen. Wir müssen überlegen. Vincent! Oder so. Fotze, das ist die Typen fast umgefahren. Hast du gerade Fotze zu mir gesagt? Das war sein Tourette, du Idiot. Nee, das habe ich schon so gemeint. Und jetzt überlegen wir, wo können die sein. Ich meine, die müssen was essen. Die Jungs zumindest. Die können überall sein. Nee, können sie nicht. Wieso nicht? Na, weil es regnet. Das ist die höchste Stufe. Was ist eigentlich in deiner Dose? Meine Mutter. Sag mal, kiff dir etwa? Wenn du kiffst, betäubst du dich Schmerzen, Alex. Nee, Schmerzen. Wieso isst denn du nichts? Das ist nicht so einfach. Ey. Dann küss mich richtig. Versprichst du mir was? Isst du heute was? Los! Dannendes! Wirklich! Versprichst du mir als ich! Du! ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Na, morgen! Morgen! Schön, dass du es schon hast. Gab's das zur 10er-Karte bei der Paartherapie dazu? Ha, ha, ha! Nach Ostende sind 548 Kilometer. Ich hab recherchiert, ne? In Belgien leben nur Waffelfresser und Pralinenficker. Sie haben die Schlimpfe erfunden. Und Joclo van Lame. Sag ich doch, ne? Hey! Na, endlich! Oh, danke dir! Na, Schub! Mama? Was ist denn los? Kriegt man richtig Angst? Ich hab alles. Lebenserwartung 3 bis 5 Jahre. Seit einem halben Jahr geht's bergab. Aber warum war mir denn jetzt hier eine Radtour? Ich wollte einfach ein letztes Mal mit meinen Freunden abhängen und nicht die ganze Zeit an diese scheiß Krankheit denken. Und wir hauen noch mal richtig auf die Kack. Das verspreche ich dir. Auf die Tour! Meine Freunde wollten, dass ich mich mal fühle wie eine Frau. Darf ich mal anfassen? Darf ich die da auch mal anfassen? Darf ich die da auch mal anfassen? Als wir da so vorher saßen, alle zusammen, da war's plötzlich okay. Zum ersten Mal. Ich glaub, ich schaff das nicht. Ich glaub, ich schaff das nicht. Ah! Ich renne nackt durch die Fußgängerzone! Aber ich mach das hier nicht! Es kann überhaupt nichts passieren, Schatz! Mann, ich hab so Angst. Aber hier sind ja keine solche Arschleiche! Alles hat die geilsten Freunde, die man sich wünschen kann. Und vielleicht macht er diese Reise ja jedes Jahr. Das ist ja nicht schön. Guck mal, das ist der Papa. Mein Neffe. Oh, nö. Also ich erkenne da gar nichts. Habt ihr schon einen Namen? Ratet. Max. Nee, das ist zu häufig. Luca. Nein. Donald. Fängt mit Arn. Alexander. Kalt. Andreas. Origineller Asterix. Arthur. Abraham. Attila. Dann sag's halt. Adolf. Adolf. Genau. Echt jetzt? Wie Adolf? Hitler? Sogar, bist du bescheuert? Du musst es nicht gleich austicken. Nur weil wir einen besonderen Namen ausgewählt haben, sind wir noch lange nicht bescheuert. Guck mal. Hebt ihr nicht sogar den rechten Arm? Wenigstens mit PH? Nämlich gleich mit Accent de Gu. Adolf. Das heißt, ein Name wie Pumuckl wäre in Ordnung, aber... Pumuckl hat nicht halb Europa ausgelöscht! Wann wollen wir eigentlich essen? Sie finden den Namen unseres Sohnes eher so suboptimal. Wir dachten, die Anspielung gefällt euch. Du bist der fleischgewordene Beweis dafür, was beim Bildungsauftrag schiefläuft. Fick dich! Wow! Wow! Du bist ein pseudo-intellektueller Poser. Jemand Nachtisch? Ihr denkt, ich bin schwul. Aber ich bin nicht schwul. Hast du wen kennengelernt? Und wie ist die so? Jemand, den du kennst? Nee, oder? Das läuft schon so lange, sag's nicht. Oh mein Gott. Und dann haben wir miteinander geschlafen. Nur um im Mittelpunkt zu stehen. Mittelpunkt, Mittelpunkt, Mittelpunkt. Ihr kennt mich alle mal! Mama, nimmst du etwa Drogen? Ich kiff doch nur. Hör jetzt auf zu trinken. Ich fang gerade erst an. Ich lass mir nichts von jemandem sagen, der seine Kinder Karius und Antigone nennt. Wow!